Wir laufen gerade hier durch die Serie. So, wir haben jetzt jeden Rekord auf der Straße geworfen. Also ich habe jeden Boxer auf der Straße durchgehauen müssen. Wir treten auf dich ein und du weißt, welches Wasser. Zehn! Zehn! Leise sein, nicht mehr Fußball anfassen. War es das? Haben wir das Thema einmal zu für immer? Ich glaube, wir haben hier auch genug Zeugen. Aber wir wollen jetzt nicht auf Leute gehen und befragen. Der Junge kann keinen Fußball spielen. Ich weiß gar nicht, warum der so lange Fußball gespielt hat. Ich habe drei Jahre gespielt. Hier am Strand wird nicht gelogen. Ich hätte Fußballer werden sollen. Hier am Strand wird nicht gelogen. So Freunde, da sind wir wieder. Jetzt geht es ab nach draußen. Ein bisschen in die Stadt. Ein paar Fotos schießen, ein bisschen was essen. Und ja, die Jungs sind alle gut angezogen. Soweit das Auge reicht. Also, der Abend kann beginnen. Wir laufen gerade hier durch die Serie. Mal gucken, was wir heute noch gemacht haben. Wir wollen den Rekord nach Düsseldorf holen. Am Strand ent Jericho war so. Ja, Mann! Ja, Mann! kinda ein בא�sten Kasten. Passt Cut. Echt überhaupt kein Problem. Das weiß Oh Mann, zwei Punkte! King! Bressel! Wir haben den nächsten Rekord! Leon, die letzten Rekord ist gebrochen. Auch im Urlaub dürfen die richtigen Mineralien und Vitaminen nicht fehlen. Aus diesem Grund nehmen wir Produkte von Perform Plus. Mit dem Pro-Pro-Doc10 bekommt ihr 10% auf alle Produkte. Viel Spaß beim Einkommen! Wer müsste gar jeden Rekord nehmen? Ja, naja, Rekord! Ich hab jetzt einen eigenen Rekord gebrochen. Wir haben jetzt jeden Rekord auf der Straße gebrochen. Also ich hab jeden Boxautomat auf der Straße durchgebrochen bis zum Ende. Und am Ende überall meinen Rekord aufgestellt. Das heißt, der Name The Ripper ist am Duratov ist hier verewigt. Hier nebenbei noch, den Kampf von unserem Bruder verfolgen. Ja, der Kampf ist gerade vorbei gegangen. Ich denke, Ecklern hat auf jeden Fall gewonnen nach Punkten. Also von dem, was ich mich jetzt gesehen hab, weil die Jungs waren gerade live gewesen. Er hat ihn am Boden die ganze Zeit kontrolliert, ein paar Schläge verpasst. Und im Stand-Up sah da auch nicht schlecht aus. Also ich denke, ja, den Kampf sind voll gewonnen. Mein Handy ist jetzt leider ausgegangen, also mein Akku ist leer. Von daher werden wir das Ergebnis leider nicht mitverfolgen können. Aber ja, an dieser Stelle, Glückwunsch, Bruder. So, das war jetzt unsere Tour durch die Stadt. Was Brauchbares zu essen haben wir jetzt leider nicht direkt gefunden. Da war jetzt nichts Leckeres oder nichts, was wir essen können, sag ich mal. Auf Wasser natürlich. Nur auf Wasser. Nicht auf Wodka, eh. Ich hab Wotter, jeder Eis hat Wotter. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh, bitte! Ja, was ist der so hartnäckig? Guck mal, ja, geh in. Eins, zwei, zwei. Ah! 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 Scheiße, was geht denn? Ich bin der Gewinner! Ich bin von der Beine! Alle Mann hoch! Guck mal, du kommst freiwillig wie Issa. Guck mal, Issa ist freiwillig gesprungen. Wir holen dich runter, wir treten auf dich ein und dann reißen wir dich mit Wasser. Guck mal! Los, eins! Ich hab Reiner mit mir! Schaukel das fette Bison! Eins! Zwei! 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 Ich hab vergessen. Nur ringeln, ne? Ja, nur ringeln. Bereit? Ja, du musst halten. Zwei! 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 Vielen Dank.